Noch ein paar Chips. Ja, hier und Soße zum Eindippen. Bitte schön. Danke. Du könntest mir übrigens auch ein Glas Wein noch mit einschenken. Wie wäre das? Kein Problem. Hier, bitte schön. Halt das Glas gerade. Es kitzelt so. Das ist ja ein zusätzlicher Lusteffekt. Den Ton bitte etwas lauter. Man kann jetzt übrigens, ich mache das mal hier, vier Programme gleichzeitig laufen lassen und parallel den gesamten Ton. Das ist eine wunderbare Sache. Mach ruhig. Ich hole mir inzwischen ein drittes Kissen. Und zusätzlich könnte man quasi als Geschmacksverstärkung noch ein Internetvideo in die Mitte rein platzieren. Ebenfalls mit Ton. Gut, gut, meinetwegen. Aber mir ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, mir auch theoretisch eigentlich gar nicht möglich. Der Epikur, der meinte doch, man sollte Lust suchen und Brust vermeiden. Ach, jetzt steigt mir auch noch das Bier von vorn hoch. Und hier sind es die Quarkbeutel oder die Pommes mit Mayo und Ketchup. Könnten aber auch die Weinbrandbohnen sein. Ich glaube, ich sterbe. Der Tod hat nach Epikur keine Bedeutung. Solange du da bist, ist der Tod nicht da. Aber wenn der Tod da ist, bist du nicht mehr da. Das ist ein schöner Trost. Also ich mache mal ein Fernseher leiser mit vier Kanälen und Internetvideo. Also rein nach Epikur bringt das nichts.